Ja, moin moin, es ist Skywarker, mein Name am Start und heute mal zu einem kurzen Infovideo, jawollski, äh, und zwar gibt es in den nächsten Tagen eine Veränderung bezüglich dem Rematch der Bibelkalt und, ja, ich will einfach mal nicht lange schnacken, ja, im Video werden wir jetzt ganz, ganz wieder schnacken, aber egal, ich würde es erstmal sagen, kommen wir zum ersten Thema, ähm, ja, äh, und zwar gibt es ja Donnerstags immer wieder, Rematch der Bibelkalt und, ich werde das vorlegen, oh, jetzt ist ja ein Flugzeug, ähm, vorverlegen auf Dienstag, genau, Rematch der Bibelkalt am Dienstag und am Donnerstag gibt es dann, äh, wie haben wir das aufgeschrieben, Rematch, Bundesliga-Orakel, genau, am Donnerstag kommt und das zweite am Freitag, also es werden zwei Videos pro Woche kommen, also die zwei Top-Spiele, zum Beispiel, das nächste Bundesliga-Orakel, Spiel ist ja irgendwas mit Schalke-Bayern, wird also an dem, ja, diese Woche ist ja jetzt kein Bundesliga, weil da ist ja Deutschland, also nächste Woche dann, wird am Freitag, nee, Donnerstag dann Schalke-Bayern kommen und am Samstag dann, ich muss das auf jeden Fall noch vor dem, ne, Quatsch, am Freitag meine ich, und wenn am Freitag ein Top-Spiel ist, das tue ich dann am Donnerstag machen und, ja, halt immer einen Tag voraus, also Donnerstag, Tops-Bundesliga-Orakel und, Freitag, also, genau, Freitag, die zwei Top-Spiele des Spieltags, und wenn mal ein Top-Spiel ist, mache ich immer Leipzig-Bayern oder Dortmund, und, ja, auf jeden Fall, am Donnerstag nächste Woche, dann Schalke-Bayern und, Leipzig gegen Dortmund, Leute, Leipzig gegen Dortmund, echt geil, und, ja, am Ende, das geht's eigentlich gar nicht mehr, auf jeden Fall, will ich noch ein bisschen was zu Match-Text sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, auf jeden Fall habe ich mir schon ein bisschen Geld bereitgelegt für den Adventskalender, 8 Euro, 8 und 9 Euro, keine Ahnung, 2, 4, 6, 8 Euro, und, ja, ich hoffe, der kostet dieses Jahr nicht mehr so viel wie letztes Jahr, weil der hat 30 Euro letztes Jahr gekostet, und, ja, das ist übrigens jetzt gar nicht mehr weit, September, Oktober, noch mal 4 Monate, noch nicht mehr, 3 Monate fast, am 1. September, am Donnerstag, dann 3 Monate, ich hoffe, ich habe es auf jeden Fall schon tierisch drauf, und, ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt, wann die Match-Text-Karten rauskommen, ist bestimmt so Ende September, Anfang Oktober, ne, als allerallererstes wird das Starter-Pack kommen, Starter-Pack nimmt überhaupt auf, ja, ne, dann wird Blister oder Multi-Pack kommen, also beiden auf jeden Fall 100%ig, dass das beide kommt, und, ich habe mir gar kein Geld zurückgelegt für, für mal zwischendurch, mal für ein paar Poster, Ah, egal, das habe ich mir noch aufgeschrieben, Starter-Pack, Blister und Multi-Pack, genau, und, Adventskalender, und, ja, du musst sagen, wo ich noch was sagen, ah, zu den Let's Plays, und zwar, ja, stimmt, das jetzt mal, einfach so raushauen, kriege ich ja zu Weihnachten eventuell, hier, äh, PS4, und, mit FIFA 17, und es kann sein, dass, äh, das GTA 5 Let's Play nicht mehr kommen wird, also, es wird auf jeden Fall kommen, aber, die Frage ist, wann nächstes Jahr, äh, weil, ja, wir haben jetzt fast September, und wir sind erst bei den Rising, äh, bei den Twilight Republic Playset, und bis wir dann das Rising Against Empire Playset durchgezockt haben, das dauert bestimmt bis November, und, ja, damit, GTA 5 5 wird wahrscheinlich, nicht kommen, auf jeden Fall wird, ähm, so im Januar, Fieber sitzen kommen, wo ich mich schon übel tierisch dran freue, und, ja, im Dezember gibt es die Adventskalender, und, ah, ja, zur Adventskalender mal, und zwar kriege ich diese Weihnacht, äh, ja, äh, dieses Jahr, zu den Advents Tagen, ähm, noch, ähm, steht noch nicht 100%ig, aber ein Ü-Adventskalender, nicht mehr die Rettersport, wie letztes Jahr, ich habe ja letztes Jahr einen Rettersport-Adventskalender gehabt, und, ich muss auch mal gucken, ob es aufnimmt, ja, ich habe gerade geguckt, ob es aufnimmt, Entschuldigung, auf jeden Fall, was ich wollte sagen, ah, ja, wir sind der Ü-Adventskalender, und zwar, was soll man dazu sagen, auf jeden Fall Ü-Adventskalender, und, ja, damit schon, wir sehen uns dann, morgen kommt kein Video, ich werde das Video am Dienstag hoch, Mittwoch kommt kein Video, das letzte Mal am Donnerstag, wie Match, Schalke gegen, ups, bin nicht in die Kamera gekommen, Schalke gegen Karlsruhe, Schalke wird eh gewinnen, aber ich, ja, ich schreibe schon immer auf die, Tops, Bundesliga, Bundesliga-Orakel, und, ja, damit schon, wir sehen uns dann, übermorgen wieder, zum Rematch, die Pokal Schalke gegen Karlsruhe, auf jeden Fall ein, am Samstag gibt es dann, oder Samstag, Freitag oder Samstag, also wahrscheinlich am Samstag, gibt es dann, der zehnte Part, von Disney Infinity, und, sozusagen, übermorgen wieder, zum Rematch, die Pokal-Spiel, das ist auch klar, boop,